Hey Leute, willkommen zu einem neuen Sims 3 Hausbau-Video, wobei das hier nicht wirklich ein Haus ist, was wir hier heute gestalten, sondern ein relativ offenes Gemeinschaftsgrundstück und das eigentlich auch zwei Videos dazu geben wird. Also sowohl heute als auch morgen werdet ihr einen Teil des Grundstücks sehen, beziehungsweise da werde ich euch das Grundstück vorstellen. Und wir sind hier auch in einer besonderen Welt, nämlich keiner normalen EA-Welt aus den Erweiterungen oder aus dem Store, sondern diese Welt hier wurde von einer Sims-Spielerin erstellt, genauer gesagt von Amimi, die zu ihrem zweijährigen Kanaljubiläum auf YouTube eine Welt in Sims 3 erstellt hat. Ja, sowas machen Menschen einfach. Und dabei sind halt hier diese wunderschönen Amimi-Inseln entstanden, also mehrere Inseln einer tropischen Welt. Die seht ihr hier ja auch im Video immer wieder, weil wir ja auf dieser Welt hier bauen. Und das Grundstück tatsächlich für die Welt gestaltet wird und dementsprechend habe ich natürlich auch in der Welt gebaut und gearbeitet bei dem Grundstück. Genau, und das seht ihr hier also immer wieder. Und ich verlinke euch definitiv auch die Welt in der Videobeschreibung, falls ihr sie auch gern nutzen wollt. Sie ist so grundlegend fertig, also sie ist halt auf jeden Fall so von der Welt her selber, von der Struktur her ist sie fertig und es sind auch schon erste Grundstücke drauf gestaltet. Aber das braucht natürlich so seine Zeit, die Grundstücke in einer gesamten Welt zu gestalten. Deswegen arbeitet sie da jetzt noch dran. Wer weiß, wie lange das alles so dauern wird, wahrscheinlich Jahre. Also wenn sie so lange wie ich braucht, dann wäre das so ihr Lebenswerk und wahrscheinlich wird sie schneller fertig sein. Aber ja, genau, könnt ihr auf jeden Fall gerne in die Videobeschreibung schauen. Die Welt sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Ich habe jetzt das erste Mal eben, um dann am Ende die Screenshots für dieses Grundstück zu machen, mal so ein bisschen in der Welt gespielt. Und das hat auf jeden Fall schon da super viel Spaß gemacht und das ist total cool. Kann sie euch also auf jeden Fall empfehlen. Sie sieht sehr schön aus und ihr könnt natürlich auch euch die Videos anschauen, in denen sie die Welt gebaut hat, wo sie auch darüber redet und wie man halt diese Welt so nach und nach entstehen sieht. Das ist auf jeden Fall auch richtig cool. Das, ja, da verlinke ich euch auf jeden Fall so ein paar Dinge in der Videobeschreibung. Und dieses Grundstück hier, was wir hier gestalten, das ist das Grundstück 32 bzw. der Julea-Strand für alle die, die dann auch das Grundstück an die richtigen Stelle platzieren wollen. Und hier auf der Hauptinsel gelegen, die glücklicherweise Steffi-Insel heißt. Ich finde das immer noch sehr lustig, dass ich die größte Insel bekommen habe. Nein, ich habe dafür kein Geld bezahlt. Jedenfalls sind wir hier halt eben an einem wunderschönen großen Strand und ich dachte mir nämlich, als ich mir die Welt das erste Mal angeschaut habe, hm, was für Grundstücke fehlen denn auf jeden Fall oder was für Grundstücke möchte ich denn als erstes bauen vor allem? Und da dachte ich halt an irgendwelche Sachen, die ich hier auf jeden Fall gern sehen würde. Und da fiel mir auf, dass es noch kein Festgelände gibt, denn es gibt zwar einen großen Park, so einen großen Stadtpark in der Mitte der Insel, also gerade halt auch eben in der Mitte dieser Insel hier, aber da ist halt nichts für die Jahreszeitenfeste gedacht. Eigentlich ist ja das jetzt auch so eine Insel, wo vielleicht auch immer Sommer ist, aber auch das Sommerfest kann man ja dann genießen und dafür ist dann hier dieses Grundstück ganz gut. Und ich habe halt überlegt, ja, wo man das machen könnte, weil halt wirklich sehr viele dieser Grundstücke hier am Meer gelegen sind und da jetzt auch nicht so viel Landfläche frei ist, beziehungsweise diese Grundstücke dann für was anderes besser geeignet wären. Und ja, jedenfalls kam ich da halt über diese ganzen Gedanken auf die Idee, hier eben so eine Promenade, so ein Pier, wie auch immer man das richtig nennen sollte, zu machen. Also, dass halt wirklich so alles eben auf Holzstelzen ist und hier so dadurch quasi zusätzliche Fläche zu gewinnen, weil eigentlich ist dieser Strand sehr schmal, hat halt wirklich nur eine relativ schmale Sandfläche und der Großteil des Grundstücks ist einfach wirklich über Wasser. Es ist ein 64x64 Grundstück, aber ja, wie gesagt, bestimmt so drei Viertel oder sowas davon sind einfach nur Wasserfläche. Und die habe ich eben genutzt, habe da diese Stelzenfundamente draufgepackt und so eben sehr viel Platz für die ganzen Festivalsachen bekommen. Also wir haben hier eben ein Grundstück, das die, ja, die saisonalen Festivals aus den Jahreszeiten mit nutzt, beziehungsweise halt eben ein Festgelände ist, denn mit Jahreszeiten gibt es ja immer so diese saisonalen Festivals. Und ja, genau, so ist das Grundstück auch erstellt worden, dass das halt eben da immer wieder wechselt mit den Jahreszeiten und man da halt eben auch hingehen kann zu diesem Fest, keine Ahnung, ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen gut erklärt. Das ist halt einfach dieses Festival, dieses Festgelände Grundstück. Ich habe auch schon von der ganzen Weile ein Tutorial dazu gemacht, wie man eben solche Festgelände erstellt. Das heißt, falls ihr das auch gerne machen möchtet, wenn ihr euch denkt, so, oh cool, ein Festgelände Grundstück selbst gestalten, nicht einfach nur die vom Spiel nehmen, die halt so standardmäßig kommen, sondern eben eins selber gestalten. Und wenn ihr da wissen wollt, wie man das macht, was man da vor allem auch beachten muss, dann könnt ihr da gerne schauen. Habe ich euch auf jeden Fall auch in die Videobeschreibung gepackt. Vielleicht packe ich die auch hier so ins Bild, da mit diesen Infokärtchen, den siehst. Werde ich bestimmt irgendwie alles machen. Und genau, ich hätte mir das aber wahrscheinlich selber nochmal angucken sollen, denn ich habe sehr viel Blödsinn hier gemacht, während ich dieses Grundstück gebaut habe und musste Sachen öfters mehrmals machen. Aber ja, das ist halt so, wenn man nicht nachdenkt, bevor man das macht. Aber das ist schon okay. Ihr seht jetzt jedenfalls erst mal so die grundlegende Struktur des Grundstücks. Und die erste Hälfte des Hausbaus, also dieses erste Video, was wir heute sehen, wird sich auch wirklich nur mit der grundlegenden Struktur des Grundstücks befassen, weil die wirklich schon sehr schwierig war. Ich hatte mir da halt auch so ein bisschen eine Herausforderung gemacht, denn ihr seht jetzt gerade, ich möchte hier eine Achterbahn auf dem Grundstück haben. Das war so eines der Dinge, die ich hier haben wollte. Ich wollte hier eben so ein Pier haben, am Strand gelegen. Ich wollte da halt eben ein Festgelände haben und ich wollte gleichzeitig aber auch so eine Art Freizeitpark. Naja, nicht wirklich ein Freizeitpark, aber halt eben so diese Promenadensachen, die es halt gibt. Das ist halt so bei manchen Peers am Strand gelegen. Das ist halt so ein Riesenrad. Ein Riesenrad haben wir halt nicht in Sims 3, zumindest nicht ohne Custom Content. Ein Karussell, eine Achterbahn und solche Dinge, die wollte ich halt eben auf diesem Grundstück hier alle miteinander verbinden. Ich liebe Kombinationsgrundstücke und ja, deswegen dachte ich mir, kombiniere ich das alles hier einfach mal. Und dafür haben wir halt eben hier dieses Achterbahn-Zeugs genutzt. Das ist aus einem Storeset. Und zwar aus dem Storeset, die Promenade, wenn ich mich nicht irre. Und das ist eins der beiden Storesets, die ihr hier auf jeden Fall für braucht, für das Grundstück, damit das einigermaßen so aussieht, wie es halt eben aussieht. Ich habe zum einen halt eben dieses Achterbahn-Set von der Promenade genutzt und dann auch noch das Karussell von der, von dem Wunderwelt-Zirkus. Wunderwelt-Zirkus? Ich habe keine Ahnung, von diesem einen Zirkusset. Ich werde euch auch die beiden Storesets in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr euch die anschauen könnt, wenn ihr die haben möchtet. Weil, wie gesagt, die wären halt schon irgendwie notwendig, damit ihr, also damit das Grundstück so aussieht, wie es aussieht. Wenn nicht, kann man es natürlich trotzdem nutzen, aber dann fehlt halt dieses zentrale Element der Achterbahn. Denn diese Achterbahn gestaltet tatsächlich so die Hälfte dieses Grundstückes mit. Ihr seht ja hier gerade, wie ich da so ein bisschen arbeite und mir das überlege. Und deswegen hat das natürlich auch so lange gedauert, dieses Grundstück hier einfach nur in der Form hinzubekommen, weil ich irgendwie mit dieser Achterbahn arbeiten wollte. Weil das ja irgendwie alles gestützt sein muss und irgendwie alles Sinn machen muss und es doch ziemlich viel Platz wegnimmt, so eine Achterbahn. Und ich da so echt ein bisschen hin und her überlegen musste. Ich habe hier auch echt Teile davon rausgeschnitten. Ich habe sehr viel drin gelassen, einfach weil ich euch zeigen wollte, wie anstrengend das war, hier irgendwie das einigermaßen hinzubekommen. Dass das schon eine Herausforderung war. Das wollte ich euch irgendwie noch mit zeigen. Aber ja, trotzdem habe ich einen Teil davon rausgeschnitten, weil ich manche Sachen auch mehrmals machen musste. Ich habe ja gesagt, ich habe ein bisschen unbedacht gearbeitet. Jedenfalls ist die Idee eben, dass diese, sagen wir mal, die linke Hälfte des Grundstückes, da wo wir hier gerade arbeiten, dass dort eben eine Achterbahn fährt. Und zwar einmal so, ja, so nach vorn und dann wieder zurück. Das muss ja immer wieder zum Ausgangspunkt zurück. So ist das bei Achterbahnen. Genau, einmal so für die Hälfte des Grundstücks. Ich wollte sie halt nicht über die gesamte Breite des Grundstücks führen, weil das hätte mir dann zu viel Platz weggenommen. Das wäre dann zu präsent gewesen. Ich finde die Achterbahn so schon sehr präsent auf dem Grundstück, aber ja, noch mehr wollte ich da jetzt auch nicht, dass das Grundstück, oder dass die Achterbahn das ganze Grundstück einnimmt. Bei der anderen Hälfte des Grundstücks haben wir dann eben noch andere Elemente. Das Karussell, was ihr hier jetzt sehen könnt, was ich schon angesprochen habe, das wird dann eben auf der anderen Hälfte des Grundstücks stehen und wird da eben ein zentrales Element sein. Ja, und dazwischen haben wir halt eben noch so ein paar kleine Häuschen und alles. Aber tatsächlich wirklich, bevor ich den Rest des Grundstücks gestalte, habe ich mich hier erstmal wirklich mit der Achterbahn beschäftigt, denn die war wirklich wichtig, dass hier alles passt. Und wie gesagt, die sind aus einem Storeset und die kann man halt wirklich kombinieren. Und da können die Sims wirklich Achterbahnen fahren, kann hier verschiedene Teile kombinieren. Was ich nur schade finde, ist, dass die Animationen ziemlich mies sind bei den Achterbahnen. Ich habe keine Ahnung, ob das an meinem Spiel liegt, aber das laggt halt total. Also gerade bei diesem Stück, was so nach oben geht, also diese, was halt so eine Etage nach oben geht quasi, was wir hier eben platziert haben, das setzt irgendwie jedes Mal wieder zurück. Also dass quasi die Einmaler über dieses Teilstück gefahren sind und dann sieht man den Wagen nochmal kurz am Anfangsstück der Strecke wieder zurück teleportieren. Keine Ahnung, das ist total komisch. Also die Animationen sind wirklich mies bei der Achterbahn. Das finde ich super schade, sonst würde ich die auch im Gameplay viel öfter nutzen. Aber ich finde es einfach so unangenehm, mir das anzuschauen, weil die Animationen einfach überhaupt nicht funktionieren. Weil die einfach überhaupt nicht passen, gar keinen Sinn machen. Das finde ich immer ziemlich schade. Aber sonst, sonst mag ich die Achterbahn eigentlich von der Idee her und von allem ziemlich gern. Nur das verpasst einem da immer so ein bisschen den Dämpfer. Ja, und hier war jetzt so die Überlegung, wie mache ich das denn? Weil ich muss ja die Achterbahn zurückführen. Mache ich das halt wirklich nur, dass die quasi nur aus diesen zwei Bögen besteht? Also dass ich die quasi sofort zurückführe? Oder sollte die breiter sein? Oder keine Ahnung was. Und da musste ich halt so ein bisschen hin und her überlegen, wie ich das Ganze denn richtig mache. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was ich da so viel erzählen soll, weil da so viele schnelle Änderungen passieren. Genau, weil war halt die Überlegung, ob ich da noch so ein gerades Teilstück dazwischen mache und dann wäre die Achterbahn halt eben ein bisschen breiter, so wie sie jetzt gerade eben ist. Oder so wie vorher und wie ich es dann auch im Endeffekt mache, dass ich sie eben ein bisschen schmaler mache, dass halt direkt nach diesem einen Bogen schon der nächste kommt. Also da direkt eine 180-Grad-Wende, eine sehr enge 180-Grad-Wende. Genau, das war halt so ein bisschen die Überlegung, die ich da hatte. Und ich habe mich halt eben dafür entschieden, die Achterbahn schmaler zu machen, dass sie halt auch weniger Platz wegnimmt und alles. Aber das hat sehr lange gedauert, das alles ein bisschen hinzukriegen. Und wie gesagt, die Achterbahn hat dann eben halt auch den Rest des Grundstücks geformt. Und das finde ich irgendwie ganz cool. Dass wir da so, dass da so der Rest des Grundstücks, sich die Form so langsam gebildet hat mit der Zeit. Ja, das finde ich irgendwie ganz cool, dass sich das so zusammen einfügt. Deswegen habe ich da halt eben auch so viel dran gearbeitet, direkt am Anfang, damit das alles irgendwie Sinn macht. Und ja, da am Ende ein richtig cooles Grundstück draus wird. Und hier, ja, sind wir da noch ein bisschen dabei. Also das ist die erste Version, die ich hatte. Die hat mir dann aber nicht gefallen. Die ändere ich gleich nochmal. Das pinke Häuschen, was aktuell steht, ist übrigens das Toilettenhäuschen. Das wusste ich schon, dass ich auf jeden Fall Toiletten haben will. Und das kleine grüne Häuschen, was wir stehen haben, das ist für die, für die Spielautomaten, für die Spielautomaten gedacht, weil es soll ja halt eben auch so ein, so ein typisches, so ein typischer Festival Pier oder so ein typischer Pier halt eben werden oder Promenade, wo halt eben auch so Spielautomaten dazugehören. Genau, das hier jetzt, wie ihr es jetzt seht, ist so die erste Version gewesen, wo ich mir dachte, so okay, kann man so machen. Und dann fand ich das aber doch nicht so gut. Ich weiß gar nicht genau, was jetzt das Ausschlaggebende war, dass ich das dann nochmal, ich habe es nämlich dann einfach nochmal einmal komplett getauscht. Also ich habe dann die Seiten gedreht. Das heißt, dieser Eingangsbereich, den wir hier gerade sehen, also wo man halt eben die Achterbahn betritt, der ist dann auf der anderen Seite, also quasi am Rand. Und dann diese, ich glaube, es war tatsächlich dieses Dings, wo man da so aus drei Metern, oder eigentlich mehr als drei Meter, aus drei Etagen nach unten stürzt, so in dieses Wasserbecken rein. Das war glaube ich irgendwie das, wo ich mir dachte, irgendwie hätte ich das gern woanders. Ich weiß auch nicht genau. Also es hat auf jeden Fall damals Sinn gemacht und das macht ja auch viel mehr Sinn, wie ich es dann am Ende gemacht habe. Werde es ja dann sehen. Aber ich kann jetzt gerade nicht mehr genau sagen, warum ich das so schlecht fand. auf jeden Fall wird das alles nochmal gedreht. Ich weiß, ich weiß jetzt gar nicht, wann genau das passiert. Aber wie gesagt, ich finde es irgendwie ganz cool, so ein bisschen zu sehen, wie es vorher, also was so vorher meine Ideen waren und zu sehen, wie sich das dann geändert hat. Und hier seht ihr ja schon, wie so diese Gebäude entstanden sind. Ich glaube, das Gebäude hier war es. Ja, ich glaube, ich glaube, das war es. Weil jetzt haben wir halt eben noch so ein drittes Gebäude. Also ihr seht das Gebäude, dann das, also dieses, dieses Kästchen da. haben wir einmal die Toiletten dann daneben, das für dieses, für dieses Wasserbecken, was da oben ist und dann auch noch das, wo, wo man halt eben auf die, auf die Achterbahn drauf geht. Das waren halt so drei Gebäude, die alle halt irgendwie die Sicht vom, vom Wasser wegnehmen und das fand ich irgendwie schade. Und deswegen dachte ich mir, hey, wie wäre es denn, wenn ich diese beiden Elemente einfach umdrehe? Also wenn ich eben hier das, das Gebäude hinmache, so wie ich es gerade eben gedreht habe, dass ich das einfach dahin setze und das eben andersrum drehe. Ich glaube tatsächlich, dieses Gebäude war es, das so ausschlaggebend war, wo ich mir dachte so, hey, das wäre doch viel cooler, wenn ich das auf die andere Seite mache. Ja, und so ist dann das langsam entstanden und vor allem hat sich dadurch auch was richtig Tolles ergeben, denn dieses Gebäude konnte ich einfach auch sinnvoll nutzen. Also anstatt halt einfach nur irgendwie so dekorativ irgendwelche Gebäude da zu platzieren, hatten die auch einen richtigen Nutzen. Ich konnte die tatsächlich anwenden für etwas und das ist auch sehr praktisch, also dass die nicht einfach nur so dekorativ sind, sondern in dem Gebäude mit diesem Wasserbecken oben drauf, da ist halt drin so ein Essbereich, dass man halt, wenn es irgendwie regnet oder sowas, dass man da drin essen kann. Dann, wie gesagt, haben wir das pinke Häuschen, da sind Toiletten drin und ich glaube, das war es aber auch, weil nämlich die anderen Gebäude, also die anderen kleinen Gebäude, die ich da noch hatte, die sind nicht mehr benutzbar oder die sind nicht weiter benutzbar, aber das sind trotzdem schon einige, also es ist trotzdem schon etwas, was man hier irgendwie nutzen kann und das finde ich schon ganz cool. Ja, und eine der Komplikationen, die ich mir aus irgendeinem Grund gemacht habe, ist, dass ich wollte, dass diese Achterbahn eben etwas tiefer gelegen ist als die Promenade, also als die Hauptstruktur, wo halt eben so die ganzen Gebäude und alles drauf sind. Also all diese Elemente, auf denen die Achterbahn steht, die sind ein bisschen tiefer als dieser Hauptsteg. Deswegen ist das halt immer so ein separates Element gewesen. Ich weiß nicht, warum ich das so toll fand, aber es hat natürlich zu massig Problemen geführt, weil ich das dann immer irgendwie anpassen musste, weil das halt immer so ein bisschen tiefer sein musste und die ganzen Sachen da noch drauf passen müssen und so. Ich meine, ich habe das natürlich gemacht, weil ich fand, dass das irgendwie besser aussah. Aber daran zu denken, was das für ein Problem am Ende ist, das ist dann natürlich, ja, das ist dann egal, dann arbeitet man halt so ein bisschen mehr an diesen Sachen. Naja. Ja, und so ein bisschen verschoben habe ich das Ganze auch nochmal um eine Ecke, weil das dann irgendwie besser gepasst hat. Ja, das war so ein ganzes Ding. Und ihr seht ja auch, dass hier überall so, ja, so Säulen unter der Achterbahn sind. Also ich wollte schon auch, dass überall eben diese Säulen sind, dass die Achterbahn aussieht, als wäre sie halt eben da gestützt von etwas, dass das schon ein bisschen realistischer aussieht, weil ich fand das sonst ein bisschen, hm, wenn das irgendwie alles jetzt so in der Luft hängen würde, weil das kann man ja natürlich auch einfach machen. Man kann die Säulen ja auch einfach weglassen, aber ich wollte schon, dass überall Säulen zu sehen sind, dass man sich denkt, okay, das macht irgendwie Sinn, wie das hier alles aussieht. Und auch das musste ich irgendwie mit einberechnen in meine Gestaltung des Grundstückes. Also ja, deswegen sage ich ja, wenn ihr dieses Storeset nicht besitzt mit der Achterbahn, dann sieht das Grundstück komplett anders aus. Dann fehlt ja dieser gesamte Teil hier. Dann ist einfach nur ziemlich leer. Diese Gebäude sehen alle so ein bisschen deplatziert aus, die da so stehen. Und da fehlt dann halt einfach richtig viel. Deswegen würde ich es euch nicht unbedingt empfehlen, herunterzuladen, wenn ihr das Storeset nicht besitzt. Das, dann könnt ihr auch einfach selber ein Grundstück hier bauen. Ich glaube, das ist weniger Arbeit und sieht dann am Ende auch besser aus. Ja, aber ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß mit dem Grundstück. Und hier gestalten wir jetzt den anderen Teil, denn ich bin jetzt mit der einen Hälfte tatsächlich so nach 20 Minuten so langsam mal fertig. Hier gestalten wir den Bereich für das Karussell. Auch das ist halt, wie gesagt, so ein wichtiges Element werden für dieses Grundstück und das habe ich eben auf die andere Seite platziert und dann habe ich hier diese schönen Lichter. Die sind wieder aus dem Promenade-Set, also da, wo auch die Achterbahn her ist. Die habe ich da hier platziert und mir gedacht, hey, das sähe doch voll schön aus, wenn die das Karussell so richtig einrahmen würden. Und deswegen habe ich die hier so platziert, musste dann halt eben das jeweils anpassen, dass das auch vom Abstand her passt, weil die halt so einen bestimmten Abstand immer haben und ich da halt eben wollte, dass das, ja, dass das alles so zusammen abschließt. Und am Ende finde ich, sieht das richtig schön aus. Ihr seht es ja dann auch, wie ich das noch gestalte und dann in den Screenshots. Ich hätte am liebsten die ganze Zeit Screenshots nur von diesem Karussell-Ding jetzt machen können und von den, von den Lampignons. Die sind richtig toll geworden. Ja, genau. Und so ist halt eben diese Hälfte des Grundstücks entstanden und das dazwischen ist halt, ja, so ein relativ schmaler Peer-Bereich. Am liebsten hätte ich da ja noch mehr Sachen platziert, die man da so machen kann. Also ich kam tatsächlich auch am Ende bei der Gestaltung irgendwann so ein bisschen in Ideennot, was ich da noch so alles platzieren kann. Das Grundstück hatte dann doch mehr zu bieten, so von der Größe her, als ich gedacht hätte. Es gab dann doch ziemlich viel. Aber gerade was halt eben so die Gestaltung des Grundstücks angeht, werden wir uns das im zweiten Teil anschauen. Denn im ersten Teil geht es jetzt wirklich hauptsächlich darum, hier so eine erstmalige Struktur für das Grundstück zu finden, zu schauen, was passt jetzt wohin, wie können wir das alles überhaupt machen. Und das mache ich halt eben hier gerade. Hier finden wir dann noch so eine schöne Umrandung für diesen, für diese Wasserbecken. Die finde ich auch sehr schön aussehen. Ja, und natürlich auch von der Gestaltung der Häuschen passend zum Rest der Inseln, eben in so einem, ja, in diesen, in diesen Holz Dingsis, um sich zum Rest des Grundstücks einzupassen, äh, Rest der Welt vor allem auch. Und ich finde das auch, es hat auch so viel Spaß gemacht, auf diesem Grundstück zu bauen, einfach weil im Hintergrund diese wunderschön bunten Stadthäuser sind und man die halt die ganze Zeit sieht, auch bei den Screenshots am Ende, man hat immer diese Stadthäuser im Hintergrund und das fügt sich alles so wunderschön dazu zusammen, also diese, diese bunten Stadthäuser und dann dieses bunte Grundstück, das ist richtig toll, also hat, ähm, hat sehr gut zusammengepasst, ähm, ich weiß natürlich nicht, wie es den Sims geht, die irgendwie bei den Stadthäusern leben, ob die dann, äh, unglücklich sind, dass die so eine laute Promenade direkt vor ihrem Grundstück haben, aber vielleicht ist es auch was Cooles, weil, ähm, ich hab halt eben auch mit diesen Sims da so gespielt, so ein bisschen, hab da halt so eine, Familie gehabt, ähm, um da immer Screenshots machen zu können und so, und, ähm, wenn die irgendwie so aus ihrem Haus rausgeguckt haben, dann haben die halt immer das Karussell gesehen, das ist total toll, oder? Keine Ahnung, also irgendwie, da sollte man irgendwie nicht mit Kindern leben, weil dann fragen die Kinder jeden Tag, können wir wieder zur Promenade gehen? Können wir da wieder hingehen? Ich möchte Karussell fahren. Naja, ähm, das passiert halt eben. Ist ja gut, dass da nur so ein paar Stadthäuser stehen, da leben bestimmt keine Kinder drin. Und, äh, ja, den Zaun habe ich erst gelb gestaltet und fand das richtig toll. Also, ich fand das da, das sah so schön und sonnig und willkommen aus, aber dann später, das kommt, glaube ich, auch bald noch, habe ich die Achterbahn gelb gestaltet und dann war das natürlich zu viel gelb und, ähm, dann wurde der Zaun hier doch, ähm, ein bisschen, ein bisschen orangefarbener eher, aber auch der gelbe Zaun sieht echt sehr schön aus und, ja, und der Boden hier, der Holzboden war richtig lustig, weil das halt, weil der halt so groß war, also wirklich so ein großer Teil des Grundstücks in diesen Holzboden einfach hatte, dass das schon so ein bisschen gelegt hat, einfach nur diese Farbe zu ändern. Ah, ja, das war irgendwie lustig, ähm, jedenfalls, hier, ähm, ja, ich räume mich jetzt so langsam auf, denn wir haben, wie gesagt, die grobe Struktur fertig, ähm, von alledem und jetzt geht's so langsam daran, das hier mal so ein bisschen aufzuräumen, die Stelzen in die richtigen Orte zu stellen, zu gucken, wo möchte ich hier jetzt eigentlich wirklich die, ähm, die Säulen haben und diese, diese Holz, ähm, Holzstelzen, um da eben, äh, für Support zu sorgen, das, ähm, mache ich dann hier an der Stelle, ähm, und hier sollte dann eigentlich auch noch so ein kleiner Gebäudeteil hinkommen, ich weiß nicht, wann ich den mache, weil das schon ein bisschen komisch aussieht mit diesem, mit diesem soliden, ähm, Part, wo man halt eben, auf die Achterbahn geht, genau, da kommt das kleine Häuschen hin, das ist ja schon ein relativ solider Part, ähm, und dann halt nur mit so, mit so ein paar Stützen runter, das sieht ja ein bisschen komisch aus, und wir haben hier auch einen, ähm, sehr simplen, aber effektiven Zugang, das, das fand ich irgendwie ganz cool, ähm, dass das so zusammengepasst hat, dass man hier einfach da zu einer kleinen Treppe nach oben kommt, und, ähm, dass halt einfach nur so ein kleiner Eingangsbereich ist, ähm, ja, die Sims nutzen auch unglaublich gerne diese Achterbahn, also ich hab ja, wie gesagt, ganz viele Screenshots gemacht, ähm, im ersten Video jetzt, also bald am Ende, werden wir keine Screenshots sehen, das hab ich mir jetzt für das zweite Video vorbehalten, da sind dann am Ende ein paar Screenshots drin, ein paar viele, ähm, aber, aber, ja, da, da hab ich halt schon so ein bisschen, ähm, eine Gameplay sehen können quasi, und euch auch Gameplay gezeigt, oder zeigen können, durch die, durch die Screenshots quasi, und, ähm, die gehen ständig Achterbahn fahren, die Sims, das ist sehr, sehr lustig, ähm, das machen sie wirklich, ich glaub, im Winter machen sie das nicht so gerne, aber sonst, in jeder Jahreszeit super gerne, sind sie alle, äh, sind sie alle, ähm, Achterbahn gefahren, und da war irgendwie ständig jemand drauf, deswegen, äh, das funktioniert eigentlich echt ganz gut, ja, und hier jetzt die Stelzen, unterhalb der Säulen, die als Stützen, für die Achterbahn gelten, also hier so Doppelsupport, ähm, da, äh, genau, die hab ich dann aus Beton gemacht, während der Großteil des, äh, des Piers eben, mit so Holzfundament gestützt ist, und hier diese wunderschönen Säulen, die sind, glaub ich, aus dem, aus dem Zirkusset, ähm, das heißt wirklich, also diese beiden Sets, Sets sind schon wichtig, damit das alles hier so aussieht, bei den anderen, äh, andere Sets und andere Storen halt, die ich verwendet habe, sind nicht so wichtig, ich hab gerade eben, für den Herbst und den Winter, und ich glaub auch für den Frühling, hab ich auch viele kostenlose Store-Sets verwendet, die halt eben so saisonal sind, also mit so Halloween-Deko und Weihnachts-Winter-Deko, solche Sachen hab ich auch viel verwendet, um das halt eben saisonal passend zu gestalten, aber sonst sollten eigentlich hauptsächlich diese beiden Sets, eben die mit der Achterbahn und die mit dem Karussell, ähm, relevant sein, ähm, damit das eben halt alles so aussieht, wie es aussehen soll, und der Rest ist dann optional. Also ein paar andere Sachen hab ich definitiv auch noch verwendet, aber die werden einfach nicht so wichtig sein, würde ich mal sagen. Und ja, hier gestalten wir dann die Lampen, Jungs, in unterschiedlichen Farben, weil das so schön aussieht. und, ähm, ja. Soviel also dazu. Ähm, ich hab mir, also ich hab mir auch so ein bisschen gedacht, hm, ist das vielleicht ein bisschen zu bunt? Also, für andere Menschen, nicht für mich. Ich hab's einfach trotzdem bunt gestaltet, weil ich fand's irgendwie schön. Ja. Und, äh, das Karussell selbst hab ich dann auch noch mal ein bisschen umgefärbt. Also jetzt gehen wir so langsam ans Umfärben, denn ich hab wirklich jetzt die Struktur fertig. Das hat, ne, fast eine halbe Stunde gedauert. Also, klar, ähm, für mich hat das mehrere Stunden gedauert. Ähm, ich hab ja, wie gesagt, auch einiges rausgeschnitten. Und, ähm, trotzdem ist es ja immer noch in vierfacher Geschwindigkeit als das, was ich halt eben gemacht habe. Aber das heißt, ihr könnt euch vorstellen, dass das schon ein bisschen, ähm, ein bisschen fordernd war, hier das Richtige zu finden. Die richtige, ähm, die richtige Aufteilung des Ganzen. Aber es gefällt mir richtig gut, wie es am Ende aussieht. Also ich bin sehr, sehr froh darüber, auch halt, ne, wie ich eben so gemeint habe, wie gut das alles mit den ganzen Gebäuden zusammenpasst und dass die alle auch so ihren Sinn erfüllen. Das finde ich immer sehr schön, wenn man so Sachen baut und die dann alle irgendwie, wie magisch, alle ihre Funktion erfüllen, alles irgendwie Sinn macht und man sich denkt so, oh, ja, natürlich, wie kam ich da noch nicht früher drauf? Natürlich ist dieses Gebäude unter dem Wasserbecken perfekt, um da drin zu essen. Das, also, hätte man ja auch vorher drauf kommen können. Genau, und hier färbe ich dann nämlich die Achterbahn gelb. Ich finde das irgendwie angenehmer als dieses Orange, was, was wir vorher hatten bei der Achterbahn, was er halt standardmäßig hat. Ähm, genau, das ist so eine wunderschön gelbe Achterbahn geworden und der Zaun wurde dann eben orange, also quasi wie so ein, wie so ein Drehen der Farben. Und, äh, diese Wasserelemente hier sind alle auch in diesem schönen türkisblau, was sehr gut passt, gerade eben bei diesem, bei diesem Gebäude hier mit dem Wasserbecken oben drauf, weil sich das perfekt, äh, an die seitliche Gestaltung des Gebäudes anpasst. Ja, also, das, ähm, passt alles sehr gut. Und, ähm, hier haben wir wie gesagt den kleinen, das kleine Gebäude mit der Spielhalle drin, also wo eine ganze Menge Spielautomaten drin sein werden. Das machen wir alles dann in der nächsten, äh, im nächsten Part, ich würde sagen in der nächsten Folge, aber bei einem Zweiteil ist es nicht unbedingt eine Folge. Im zweiten Teil, ähm, gestalten wir das alles so. Und, ja, genau, auch für Fenster habe ich natürlich gesorgt, dass hier auch überall Licht ist. Ähm, auch diese kleinen Gebäude hier, ähm, also sowohl das, wo, ähm, man zur Achterbahn reinkommt, also wo man halt dann so draufsteigt, ähm, sowohl das hat ja so ein kleines Gebäude darunter, als auch das, wo der Looping ist. Die haben halt eben jeweils so ein kleines Gebäude darunter. Das ist aber nicht zugängig, also das ist einfach nur, ähm, ein ungenutzter Raum. Der ist ja auch nicht ganz so hoch, also der hat nicht eine, nicht eine ganz Sim-Höhe, sondern der ist nur, ähm, zwölf Treppenstufen hoch quasi. Also ich weiß nicht, ob es genau zwölf sind, aber, ähm, auf jeden Fall ein bisschen kleiner, ein bisschen schmaler. Und, äh, die haben wir natürlich auch nochmal farblich gestaltet, dass sie auch, ähm, ne, so ein bisschen zu dem Bunten in dem, in dem Grundstück, ähm, beitragen. Das finde ich immer ganz schön. Äh, ja, und dann war es das, aber eigentlich auch schon fast zu dem Grundstück. Ähm, natürlich könnt ihr das Grundstück schon hier herunterladen. In der Videobeschreibung habe ich es euch verlinkt. Ich habe euch wie gesagt auch die beiden Store-Sets verlinkt, die hierfür wichtig sind für das Grundstück. Was auf jeden Fall auch wichtig ist für das Grundstück, ähm, ist Jahreszeiten, weil es ist ja ein Festgelände, also, ähm, ohne Jahreszeiten macht das auch sehr wenig Sinn, dieses Grundstück hier zu nutzen. Und, ähm, ich habe definitiv auch noch andere Erweiterungen genutzt, aber ich denke mal, die sind noch relativ variabel, ähm, ob man die jetzt auch hier nutzen möchte oder nicht. aber es werden bestimmt einige Erweiterungen sein, die ich hierfür gebraucht habe. Ich meine, zur Not, wenn ihr euch unsicher seid, ähm, einfach herunterladen, gucken, erstens mal, ob es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann über Dropbox und, ähm, dann einfach mal platzieren und schauen, ähm, ist das Grundstück denn irgendwie noch, sieht das denn noch gut aus, ist das denn noch nutzbar oder kann ich es eigentlich lassen? Ähm, weil ich meine, es schadet ja nicht, wenn man einfach mal ein Grundstück herunterlädt, und dann sieht so, äh, das, das sieht doch irgendwie überhaupt nicht so aus, wie es aussehen sollte und das ist mit so viel Arbeit, das nochmal irgendwie selber zu machen, dass, also, weil ich meine, ihr ladet das Grundstück ja nicht herunter, um dann es selber, äh, selber gestalten zu können oder um es dann selber nochmal komplett gestalten zu müssen. Also, einfach mal schauen, wie das bei euch passt. Ja, und, äh, hier platzieren wir dann nur noch ein paar von den, äh, leuchtend grün-blauen Bänken, die hier über das Grundstück verteilt sind und dann noch ein paar wunderschöne violette Mülleimer und, ähm, dann geht es, ähm, im nächsten Part mit der Gestaltung weiter, gerade eben die, ähm, jahreszeitenspezifische Gestaltung des Grundstücks und ich hoffe, da seid ihr wieder mit dabei, morgen zur gleichen Zeit hier und, ähm, dann habt noch einen schönen restlichen Tag. Und, äh, dann hat er, ich glaube, irgendwie Correct biri